Ich bin's leid, ich hab die Schnauze voll. Herzlich Willkommen am einzigen Platz der Erde der naturwissenschaftlichen Wahrheiten in einer Welt vollständig voll von oben bis unten mit Irrtümern. Physik, Chemie, Biologie, Evolutionspsychologische Soziologien, Evolutionspsychologische Varianten der Psychobiologien, naturwissenschaftliche Teile der Psychologie und dann ist Schluss. Denn außerhalb findet man sehr wenig Wahrheit. Oder eigentlich fast immer nur Pseudowissenschaft. Krall, den wir ja immer so kritisieren, hier Markus Krall, der würde sagen, ich bin's leid mit all diesen nervigen Minderleistern. Krall spricht ja von Minderleistern, ja genau, das Wort passt ganz gut, auch wenn ich ihn sonst so sehr kritisiere. Aber es ist wirklich unfassbar, bevor ich mich weiter äußere, sage ich mal, was eigentlich ja irgendwie jedes zehnjährige Schulkind verstehen müsste. Ich meine, wir haben eine grundsätzlich falsche Schulbildung, die alles Wichtige nicht unterrichtet und alles Unwichtige unterrichtet. Aber das ist ja eine Sache unserer Bildungsreform, das dann zu korrigieren. Aber schauen wir es uns nochmal ganz kurz an. Was sollte eigentlich jedes neunjährige Kind, zehnjährige Kind verstehen können, können aber die Leute offensichtlich nicht verstehen, weil sie einfach dafür die Intelligenz nicht haben. Wir haben hier nach der Erfindung vom Tauschhandel und freiem Markt und freier Arbeitsteilung die ersten zwei Frühhändler und Frühärzte. Der lebt in der Wahrheit. Nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion irrt er sich. Und der fängt jetzt an, lauter Geschichten zu erzählen, die den Leuten ihr Glück wegreden, ihr Lebensglück wegreden. Er sagt, Sex ist eklig, widerwärtig. Von Selbstbefriedigung bekommt ihr Gehirnschwund. Sozusagen, ja, auf Konzerte gehen ist gut. Selber Musik machen ist nicht so wichtig. Und so weiter. Ja, und jemanden, jemanden massieren. Und das ist auch alles nicht so wichtig. Viel wichtiger ist Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, Süßigkeit essen und so weiter. Und ja, und alles andere ist einfach ekelhaft. Und ja, und er baut also in seinem Gerede einfach ein riesiges Tapu auf gegenüber allem, was Menschen so richtig glücklich macht. Natürlich in erster Linie der Sexualität gegenüber, der Liebe gegenüber. Ja, also wir sind das Tier, ja, wir sind das verklemmteste Tier der gesamten Erde. Ja, weil wir uns bei Sexualität, da wird, da werden Geheimnisse gemacht, da wird versteckt, da unterdrückt die Eifersucht das Liebesleben der jeweils anderen. Das ist ein ewiger Krieg darum. Aber eigentlich könnte man sagen, es ist alles ein riesiges Tabu gegen das Glücklichsein. Ja, und ja, gucken wir uns nur die monogame Ehe an, da verspricht einer dem anderen, dass wann auch immer er unheimlich Lust hat auf einen anderen Liebespartner, dass er das mit Gewalt unterdrücken werde. Wir sind das verklemmteste und unglücklichste Tier auf der ganzen Erde. Und jetzt passiert aber was völlig Paradoxes. Jetzt könnte man sagen, der erzählt solche Geschichten. Hoffentlich stirbt er mit seinen Irrtümern bald aus und hoffentlich sterben seine Irrtümer aus. Aber genau das Gegenteil ist unter den Bedingungen von freiem Markt und freier Arbeitsteilung der Fall. Die Leute unterdrücken ihr wahres Glück, werden kauf- und shoppingsüchtig, werden esssüchtig, werden fett und chronisch krank. Und er kann ihnen ganz viele medizinische Leistungen verkaufen, aktuell Impfungentests und Impfungentests und solche Sachen und so weiter. Und dadurch wird er unheimlich erfolgreich, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, wird der Vorfahrer von Trosten, Bieler und Lauterbach von Alnatura bis Aldi und so weiter. Und in jeder Generation kommen noch weitere Irrtümer dazu. Wir nennen sie ja die vorteilbringenden Irrtümer. Und die ganze Weltbevölkerung wird immer unglücklicher und immer kaufsüchtiger, konsumsüchtiger, shoppingsüchtiger, Alkohol, Zigaretten, Medikamente, Süßigkeiten, krankmachendes Essen, Geschmacksdrogen aller Art und so weiter. Und das zerstört, beschädigt die ganze Menschheit und macht uns alle kaputt und fettsüchtig und hässlich und stinkend und so weiter. War das jetzt so schwer? Das müsste eigentlich doch jedes zehnjährige Kind verstehen können. Und was ist die Ursache daran? Naja, der freie Markt und die freie Arbeitsteilung. Wir müssen also den freien Markt mit echten planwirtschaftlichen Elementen begrenzen und lenken, indem wir nicht diesen belohnen, der sich irrt und uns das Glück wegredet und Tabus aufrichtet, sondern wir müssen den hier an diese Stelle rücken und dann belohnen, fürstlich belohnen, derjenige, der uns das Glück nicht wegredet, keine Tabus aufrichtet, unsere Gesundheit nicht verhindert und uns nicht krank macht und so weiter. Und den müssen wir doch jetzt einfach nur gezielt belohnen. Und die nextscientistsforfuture.de haben zig verschiedene Techniken, wie man das machen kann, haben alles fertig, 20 Reformen fertig, in mehreren Varianten, können das von heute auf morgen in den Ministerien Deutschlands zum Beispiel herstellen und machen. Aber offensichtlich klicken die Leute lieber Sendungen an, also die, wo ich sagen würde, die dem Niveau eines Dreijährigen entsprechen. Ja, ausschließlich super primitive Inhalte. Moment. Ja, lassen wir es doch mal so, ne? Ja, jetzt muss ich mich mal richtig, sozusagen, muss ich jetzt mal klagen. Ja, ich kann all dieses Blabla auf dem Niveau von Dreijährigen nicht mehr hören. Ich bin jetzt auch so weit gegangen, dass ich also, zum Beispiel habe ich aus der täglichen Sichtung Greta Thunberg und Fridays for Future rausgenommen, warum soll ich mir das immer Gleiche anhören? Ja, wir wollen Klima schützen, ja, ja, wir haben zwar keine Ahnung, wie das geht, aber wir fordern es trotzdem und wir fordern, dass die Politiker das machen sollen, obwohl sie keinen Plan haben, wie sie das machen können, ohne ihren Staat kaputt zu machen. Ja, und die Next Scientists for Future hatten denen angeboten, den Kodestopp 2026 und so weiter, das für die Fridays for Future zu machen, und zwar so, dass es geht, dass kein Staat kaputt geht und wir einen weltweiten Klimaschutz bekommen. Das können aber eben nur die nextscientistsforfuture.de und mit wem will Fridays for Future nicht zusammenarbeiten bis jetzt? Mit den Next Scientists for Future. Also, ich kann dieses nicht mehr hören und deswegen werde ich mir diesen Unsinn nicht mehr anhören. Jetzt am Freitag haben sie ja wieder mal einen vermeintlichen Großstreik. Ich bin mal gespannt. Also, sowieso ist das ja eine sterbende Bewegung. Ja, alles, dieses Gerede auf dem Niveau von Dreijährigen mit einem IQ von 70, ja, das ist symptomorientiert. Immer geht es, niemals geht es darum, die Ursache eines Problems zu beheben, sondern immer nur sich über ein Symptom aufzuregen, zum Beispiel bei Corona und vielleicht an dem Symptom rumzumachen. Man kann jetzt also zum Beispiel auch, so nett diese Leute sind, der Rechtsanwalt füllen mich und die ganzen vier Rechtsanwälte, ich war ja dort beim Corona-Ausschuss, Termin 12, ab einer Stunde 47, 22, ja, so nett diese Leute alle auch sind. Es bleibt alles auf der Symptomebene. Das ist natürlich, das ist die Logik unseres Systems. Corona ermöglicht jetzt eine Klage zu erheben gegen die Pharmaindustrie und gegen Professor Drosten und so weiter. Dann verdient man als Anwalt, hat man wieder Arbeit und dann drei Jahre später, jetzt hatten wir, also wir hatten die Schweinegrippe, dann hatten wir jetzt die Corona-Geschichte, Gefährlichkeitsüberschätzung und dann kommt in drei Jahren die nächste Gefährlichkeitsüberschätzung. Aber wir müssen doch das Grundproblem lösen, die Ursache, die vorteilbringenden Irrtümer eigen, wir müssen doch das Problem mit dem freien Markt und der freien Arbeitsteilung lösen, indem wir die Menschen belohnen dafür, diejenigen belohnen, die unser Leben nicht zerstören. Ja, und das passiert nicht, als ob das, und die einzige Hoffnung ist, dass jetzt in ein paar Tagen das erste Gespräch mit der neuen Partei, WIR 2020 stattfindet, die ersten Telefonkonferenzen, die dann veröffentlicht werden und die dann hoffentlich dazu führen, dass dann im Internetfernsehen 20 Millionen Klicks generiert werden und diese Partei der neue große Stern am Himmel wird und die, inspiriert durch die 20 Reformen der Next Scientists for Future, wenigstens einen Teil der in einer simulierten Bundestagswahl erzielten und 56 Prozent der Next Scientists for Future realisieren kann und dann Koalitionspartner wird und dann die Politik mitbestimmt, weil die Koalitionspartner dann einsehen werden, dass die Reformen dieser neuen Partei, WIR 2020, die besten sind. Also wir können einen ganz schnellen Wandel erzielen, aber allerdings ist das so meine letzte Hoffnung an Deutschland im Moment. Ja, und ansonsten mache ich ja viele Sendungen in Englisch, weil in Deutschland, wenn das jetzt nicht klappt mit WIR 2020, dann ist Deutschland halt verloren und der deutschsprachige Raum und dann sollte man in den keine Energie reinstecken, sondern lieber gucken, ob irgendwo auf der Welt noch irgendwo intelligente Leute sind, und die das vielleicht schaffen, das, was ich zum Beispiel eben gerade vorhin erzählt habe, was eigentlich jedes zehnjährige Kind verstehen sollte, wenn es eine richtige Schulbildung hätte, ne, Schluck Wasser. Ja, denn die Schulbildung, ja, die Schulbildung müsste beginnen, also Urknall, Entstehung unseres Universums, Entstehung unseres Sonnensystems vor 3,5 Milliarden Jahren, groß werden, das Themas Leben, DNS, des Oxyribonukleinsäure und so weiter und dann, wie die gesamte Evolution verlaufen ist, wie unsere echte Geschichte verlaufen ist. Es interessiert doch keinen Mensch, dass in den letzten paar tausend Jahren einen Krieg den anderen gejagt hat oder so, sondern wir brauchen doch die Geschichte, die uns erklärt, wie wir ursächlich in solch einen Schlamassel geraten konnten. Warum sozusagen, wie es die Waffenhändler geschafft haben, uns mit vorteilbringenden Irrtümern dazu zu bringen, kriegslüstern zu werden, nachdem wir vor 400.000 Jahren endlich vollständig pazifistisch geworden waren, genetisch, ne. Und das ist, das ist doch der Punkt, ja. Ja. Also, es ist schrecklich, ich habe jetzt ganz viele Sachen gelöscht, ich habe sogar die YouTube-Suche für Corona gelöscht, weil das ist auch immer das Gleiche. Es ist doch ganz klar, wir haben Weißrussland und Schweden und viele andere Staaten, mal heute wieder genannt Afrika, es wurden auch noch andere Staaten immer mal wieder genannt als Kontrollgruppe. Das sind die, die keinen Lockdown oder nur Viertels-Lockdowns oder Halbjahr-Viertels-Lockdowns gemacht haben und die entweder nicht schlechter dastehen als die Staaten mit den Lockdowns bei Corona, sondern teilweise viel besser dastehen. Dann haben wir die kleinen Weißrusslands, das sind alle Demonstrationen, Versammlungen, nach denen keine Leute schwer erkrankt sind. Wenn er jetzt gerade heute gejammert wird wegen irgendwelchen großen Hochzeiten und jungen Gesellenabschieden und die dann dazu geführt haben, dass ganz viele Testpositiv sind. Bitte zeigen Sie mir die daraus resultierenden Schwerstkranken und Toten. Wenn Sie das nicht zeigen können, dann ist das harmlos. Dann ist das so, als ob ein Schnupfen auf dieser Party ein Schnupfen ein bisschen rumgegangen ist. Wen interessiert denn das? Na gut, ich will mich nicht aufregen. Also sozusagen, uns interessieren doch nur die Schwerstkranken und die Toten. Und alles andere ist doch völlig irrelevant. Und die These, dass also jetzt irgendwie aus den Testpositiven plötzlich heraus eine riesige Sterberewelle resultieren könnte, das ist sozusagen einfach so ein auf Verdacht, anstatt zu sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, wird hier auf Verdacht eine knadenlose Untersterblichkeit mit all den Schäden, die solche Lockdowns für die Gesellschaft haben, in Kauf genommen, anstatt zu sagen, wir können doch mal was wagen, wie es einer gesagt hat, ja, wir können doch einfach mal jetzt, wir nehmen jetzt mal ein Fünftel der Maßnahmen zurück, besonders das, was die Kinder und Schulkinder betrifft. Und gucken dann mal, ob zwei Wochen später, drei Wochen später, ob die Schwerstkrankenzahlen zunehmen und die Totenzahlen zunehmen. Wenn das nicht der Fall ist, fahren wir das nächste Fünftel zurück und so weiter. Das hätte man schon, das hätte man schon im März wahrscheinlich direkt machen müssen. Oder, ja, man hätte das im März schon beginnen sollen, dieses Müssen und dieses Ausschleichen. Weil man hätte immer einen Zielschuss machen müssen. Gleiche Krankenhausauslastung wie 2018 bei einer kräftigen Grippe, ja, und nicht zu wenig Tote und nicht zu viel Tote. Zu wenig Tote sind immer schädlich, und zu viel Tote sind auch immer schädlich, ja, denn für zu wenig Tote zahlt man immer einen zu hohen Preis, denn die, die man dann rettet, wenn man zu wenig Tote erzeugt, fallen bei dem nächsten Windhauch, der sie trifft, dann sowieso tot um. Also hat man nichts gewonnen. Und oft handelt es sich um schwerstleidende Menschen, die oft gar nicht mehr leben wollen und so weiter. Und dafür ruiniert man dann die ganze und foltert dafür die gesamte Restgesellschaft. Ja, das heißt also letztendlich, ich werde mich jetzt in den zukünftigen Sendungen in Deutsch und Englisch darauf konzentrieren, die mangelnde Schulbildung nachzuholen. Immer wieder zu erklären, was die Leute nicht wissen und auf die Irrtümer, all der Dreijährigen in der Öffentlichkeit und so weiter, einfach nicht mehr einzugehen. All diese Äußerungen, wo man den Eindruck hatte, das wären Leute mit einem IQ von 70, die sind sie natürlich nicht, das sind ja sogar Leute dabei mit einem IQ von 120 und so weiter. Aber wie gesagt, das Schlimme ist halt, dass aus der Sicht der Intelligentesten oder aus der Sicht der Leute mit IQ 135 aufwärts oder 130 aufwärts ist es leider immer total, erscheint es immer so, als hätten die Leute, mit denen man da zu tun hat oder von denen man was hört, eben nur ein IQ von 70, aber das ist natürlich nicht so, aber es macht eben den Eindruck, ne, Schluck Wasser. Also, ich muss mich dann halt drauf konzentrieren, immer die mangelnde Schulbildung nachzuholen. Ich habe mir das als Kind übrigens alles selber geholt, ja, also, da hatten Freunde aus der Schule, die hatten Berge an Wissenschaftsbüchern, so kindgerechten Wissenschaftsbüchern und die habe ich natürlich, da habe ich mich natürlich sofort drauf gestürzt, weil das das war, was wirklich interessant und spannend war und was man ja im Schulunterricht einfach nicht mitkriegt, ja, weil dort wird alles gelehrt, was unwichtig ist, das ist ja auch Teil dieser Fehlanreizgeschichte und alles, was wirklich spannend ist, wie die Welt funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert und so weiter, die echte Geschichte der Menschheit, nämlich die paleoanthropologische und paleopathologische und paleontologische Geschichte und so weiter, das kriegen ja Kinder alles nicht beigebracht, dabei ist es das Wichtigste von der Welt, denn nur so können sie die Welt verstehen lernen. Ja, ich glaube, das war es schon mal wieder, also in Zukunft werde ich sehr viel weniger auf all diese Irrtumswelten eingehen, und so, aber jetzt muss ich natürlich hier noch machen, also ganz kurz, Corona haben wir jetzt ja genug gesagt, aber das Entscheidende ist ja eben, ja, ich sage das noch mal ganz kurz bei Corona, ja, das ist ja eben so, in drei Jahren kriegen wir das Theater ja wieder oder in fünf Jahren, ja, weil hier haben wir den Früharzt und Frühhändler, der in der Wahrheit lebt und dann haben wir hier nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion den ersten Früharzt und Frühhändler, der sich irrt und der sagt, nein, ihr werdet nicht durch alle, ihr werdet nicht krank, weil ihr esssüchtig seid, fettsüchtig seid, feist seid und lauter ungesunde Geschmackstrogen esst und so weiter, nein, deswegen gar nicht, nein, ihr werdet krank, weil es da so winzige Tierchen gibt, die wir später Viren und Bakterien nennen werden und die sind die absoluten Killer und da helfe ich euch, da habe ich was dagegen und so weiter, ja, und die Leute, die das glauben, die leben weiter krank, werden zu Dauerpatienten und er kann wieder hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren und wird eben der erfolgreiche Arzt, und gerade mit dieser Gefährlichkeitsüberschätzung, also die Viren sind total mächtig und alle anderen Krankheitsursachen gibt es gar nicht und sind irrelevant und so weiter, ihr Übergewicht, ja, sie haben 200 Kilo zu viel Gewicht, aber das ist nicht so wichtig, die Viren sind es, die so gefährlich ist und diese Gefährlichkeitsüberschätzung, ja, die haben alle Mediziner im Kopf, weil all diese vorteilbringenden Irrtümer in jedem Studium, jedem jungen Medizinstudenten beigebracht werden und die laufen alle rum mit dem Kopf, oh, alles total gefährlich, alle die Viren und Bakterien, ja, und all dieses krankmachende Essen, nein, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm, essen Sie ruhig, was Ihnen schmeckt, und natürlich kommt dann in drei Jahren, heißt es dann in fünf Jahren, ach, da ist wieder so ein Virus, das ist wieder so ein Megakiller und da können wir wieder schön Impfungen, Tests und alles Mögliche verkaufen und da freuen sich unsere Freunde von der Pharmaindustrie und so weiter, ja, das muss man sich auch nochmal klar machen, das ist alles eine Sache des Freundschaftsgeschehens, also nochmal so als Hinweis, Schluck Wasser, ach, hier unten recht schneller drehen, bitte das runde Ding, die Geschwindigkeit beschleunigen, weil ich ja so langsam rede und ja, also im Prinzip ist das alles ein Freundschaftsgeschehen, ja, Bill Gates ist befreundet mit Rosten und natürlich lässt er ihm was zukommen, wo er so große finanzielle Möglichkeiten hat, die Leute sind alle miteinander befreundet, das Entscheidende ist, dass ein Politiker sich ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr mit den Wählern beschäftigt und dann sich mit seinen Freunden aus Lobbyistenkreisen, Konzernkreisen, Pharmaindustrie, Impfindustrie, Testindustrie und so weiter zusammensetzt, mit denen Partys feiert und dann gleichen sich die Ansichten an, man redet viel miteinander und Freunde wachsen zusammen, haben die gleichen Ansichten und so weiter und das hat nichts, da läuft keine Verschwörung, nichts, sondern wir müssen eben auch die Politik zum Beispiel über die Wohlfühlstimme dazu zwingen, sich jeden Tag mit dem Wähler so zu beschäftigen, dass sie gar keine Zeit haben, sich mit Freunden aus den Großkonzernen zu treffen und zusammenzusetzen, weil sie genau wissen, dass sie nie mehr wiedergewählt werden, wenn sie nicht jeden Tag, den ganzen Tag für die Bürger arbeiten. Und das ist eigentlich das ganze Problem, es gibt keine Verschwörung. Unser Killer ist in der freien Markt, die freie Arbeitsteilung und die daraus resultierende Massenmultiplikation von Vorteilbringenden Irrtümern. Massenmultiplikation von Vorteilbringenden Irrtümern. Ja, und Richard David Precht, ja, die Sache ist halt, dass ein großes bedingungsloses Grundeinkommen, auch wenn er so vernünftig ist, das niemals den Kindern geben zu wollen, damit es eben, ja, ja, wohl eben damit nicht, damit eine Mutter dann auf ein Monatseinkommen von 30.000 Euro kommen kann, sozusagen, indem sie einfach alle zehn Monate ein Baby kriegt, ja, und das als Hauptschulabbrecherin, sondern auch schon allein diese 1.500 bedingungsloses Grundeinkommen, die könnten sich doch im Wesentlichen dann doch auswirken, sozusagen, da in die Richtung, dass eben doch, sozusagen, letztendlich die unqualifizierten Hauptschulabbrecher sich insgesamt dann doch mehr Kinder leisten können, weil von den 1.500 Euro kann man dann auch Kinder ernähren, ist also schon auch irgendwo eine zu große Möglichkeit. Und wenn es darum geht, den Menschen alle die Grundängste, so etwas wie die, wo umstritten ist, ist eine Grundangst schädlich oder ist eine gesunde Grundangst positiv für eine Gesellschaft, ja? Und wenn wir die Grundangst ganz nehmen wollen, dann reicht auch ein winziges, bedingungsloses Grundeinkommen aus. Ich stelle mich gern zur Verfügung, mit wie wenig Euro im Monat man sich gesund ernähren kann und wie niedrig also ein bedingungsloses Grundeinkommen mit Rechtsschutzversicherungen, ja? Krankenversicherungen, also quasi mit einem Vollschutz, das würde uns die total, die Grundangst nehmen. Immer zum 1. des Monats ausreichend da, um sich gesund zu ernähren, geschützt zu sein vor juristischen Querelen, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen und so weiter, alles drin. Also das ist so ein Rundumschutz. Nur halt kein Luxus drin, ja? Und also wenn, Herr Precht, dann sollten wir diskutieren über ein winziges, bedingungsloses Grundeinkommen und auch da müssen wir darüber diskutieren, das würde nämlich dem Menschen wirklich die Grundangst nehmen. und da gibt es eben Professoren, die sagen, ja, aber der Mensch braucht eine kleine, gesunde Grundangst, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Das wäre eine interessante Diskussion. Darüber kann man diskutieren. Aber 1.500 Euro ist einfach der Hammer. Ja, das würde viel, ja, da besteht die Gefahr, dass da alles schief läuft. Ja, da werde ich gerade vielleicht eingeladen zu einer Vortragsreihe, bin mal gespannt. Markus Krall. Diese Grundidee, freier Markt hätte eine positive Wirkung auf die Gesellschaft. Ich habe ja gerade vorhin erklärt, dass der Mensch das unglücklichste Tier der Erde geworden ist, genau durch diesen freien Markt. Aber das schaffe ich wohl nicht, ihm beizubringen. Und Christian Felber, so schön es ja ist, diese Grundidee, dass wir selbstverständlich die gesamte Wirtschaft gemeinwohlorientiert gestalten müssen. Aber nicht mit den falschen Techniken und auch, wir wollen das Ganze ja nicht nur zu 10 Prozent schaffen, sondern wir wollen es doch bitte schön zu 100 Prozent schaffen. Und wenn wir diese tieferen Dinge, also diese tieferen Dinge, wie dass der Mensch das unglücklichste Tier der Erde ist, ja, und die Leute, die sagen, sie seien glücklich, die sagen das nur deswegen, weil sie keinen Vergleich haben, weil sie noch nie wirklich glücklich waren, dann halten sie die Tatsache, dass sie irgendwie sich gerade mal ein bisschen amüsieren, halten sie schon für Glück. Das ist ganz weit davon entfernt. Ich durfte das mal erleben, dieses ozeanische Glücklichsein-Gefühl, dieses die ganze Welt liebens, in so Kommunen zusammenhängen mit ganz viel Liebe und Sexualität und so weiter. Und dann kommen sie in den ganz anderen Zustand als den, den man hier kennt. Und dann, was haben wir gesagt, was sollten wir noch in die Diskussion reinnehmen? Also, Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, alles andere ist ja uninteressant, weil diese Ansätze, die völlig falsch sind, wie Markus Krall und so weiter, das können wir ja alles sozusagen abhaken. Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, ist immerhin, würde immerhin zehn Prozent verbessern, allerdings, wie das technisch umgesetzt ist, würde vielleicht auch wieder riesige Schäden anrichten. Aber so diese Bewegung, Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Volksentscheide, die sollte man auch mit in die Diskussion nehmen und dann darüber reden, warum die wahrscheinlich nicht funktionieren werden. Ich bin ziemlich sicher, dass die nicht kommen werden, weil sie den Politikern zu viel wegnehmen, ohne ihnen gleichzeitig mehr anzubieten, als sie ihnen wegnehmen. Und nur die 20 Reformen der Next Scientist for Future bieten dem Politiker mehr an, als ihm die neuen Bedingungen wegnehmen. Und ich wette, dass die Politiker nicht bereit sind, einfach nur zu geben und nichts zu nehmen. Das, da wette ich dafür. Ja, das war es, glaube ich, mal für jetzt. Also, ich, man nennt das ja auch Merkbefreiung, ja, ich beschäftige mich jetzt einfach mit vielen Leuten einfach nicht mehr, die einfach überhaupt nichts zu sagen haben. Interessant ist zum Beispiel noch Thilo Sarrazin, den wir scharf kritisieren, der aber immerhin manche Dinge ähnlich sagt, wie man in einer evolutionsbiologischen Politikwissenschaft Sachen sehen muss. Aber seine Deutschtümelei, sein leichter Nationalismus gefällt natürlich echten Naturwissenschaftlern gar nicht. Genauso bei Professor Ulrich Kutschera, da gilt das Gleiche im Prinzip. ja, also echte evolutionsbiologische Politikwissenschaft und echt, neue, echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL haben halt nur die NextScientists for Future .de auf dieser Erde und der Rest ist im Irrtum, lebt in Irrtumswelten. Ja, jetzt können sie sich wieder anderen Sendungen zuwenden, wo sie dann wieder gefüttert werden mit lauter Irrtümern. Ansonsten haben sie hier sechs Homepages und 700 Internet-Fernsehsendungen zur Verfügung, um sich mit Wahrheiten zu beschäftigen. Ja, tschüssi, bis bald, ne? Oh, Das war's.